Hallo und herzlich willkommen zum Rosenmontagsumzug 2020 in Neunkirchen unter Neinkarie. Hallo, liebe Verena, Hayo oder Ali Hopp, wir haben ja beides bei uns, aber da kommen wir noch dazu im Laufe des Tages, welche Karnevalsfußarten es alles gibt hier bei uns in Neunkirchen. Wir haben es auf jeden Fall super schön hier, wir sitzen in einem Wohnwagen, das ist für uns auch mal ein neues Erlebnis, normal immer draußen in der Kälte. Jetzt kennt man ja Sahn, das kennt Anfang Sirene, ne, um Himmels Wille, das haben wir natürlich nicht. Ne, wir haben wirklich Glück mit dem Wetter, sind wir auch froh drum, es ist trocken, es ist auch relativ mild, also man muss nicht frieren dieses Jahr bei der Phasentier in Neinkarie. Und wir haben natürlich wie immer unseren Straßenreporter Michael Friemel dabei, jetzt hören wir gerade noch die Schießbufe, die Neinkarier-Schießbufe, bollern vor sich hin. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob der Michael jetzt schon auf einen Motivwagen geschafft hat, er ist wie immer als Clown unterwegs. Martin, was ist das Motto in diesem Jahr? Ich mache mich auf den Weg von unserem Umzug. Genau. Wir haben ja bei uns beim Verein, haben wir ja eigene Mottos und hier beim Zug haben wir das Motto, dass... Die Narren-Schar folgt dem Prinzenpaar, gell? Ja, das ist ja das Motto, dass immer unser Zugmarschall festlegt, der Friedl Wagner. Deshalb ist das immer so mit Motto beim Umzug so eine Sache, bei uns wird sie ja, wie man hier sieht, eher sportlich für die Stadt. Der Friedl hat mir erzählt, dass er sich das nicht merken kann, das neue Motto, und deshalb ist jedes Jahr dasselbe Motto, die Narren-Schar folgt dem Prinzenpaar. Genau, dann nehmen wir das, das passt doch wunderbar. Aber ihr habt von euren Brunnenputzer in diesem Jahr auch ein Motto, ne? Ja, ob Yoga oder Hürdenlauf, die Brunnenputzer drehen auf, das ist unser Motto. Wir waren sportlich, genau wie die Stadt, die Stadt war auch sportlich. Der Michael Friemel ist auch sportlich, der ist nämlich schon auf dem ersten Motivwagen. Wo bist du, Michael? Genau, alle hopp und hey yo, auch von mir herzlich willkommen bei diesem Rosenmontagsumzug. Und den Anfang hier vorne machen nach dem Schießbube in der Tat der VSK, der Verband saarländischer Karnevalsvereine, die in diesem Jahr Jubiläum zu feiern haben. Hans-Werner Strauß, der Präsident, welches Jubiläum habt ihr, Hans-Werner? Ja, sechsmal elf Jahre feiern wir in diesem Jahr. Und es ist ein grandioses Jubiläum, das wir jetzt heute quasi abschließen in der Karnevalsversion bei einem herrlichen Wetter noch mit ungeheuer gut gelaunten Gästen. Ganz, ganz toll, ich bin richtig stolz, Präsident eines solchen Verbandes zu sein. Und ihr habt so einen schönen Motivwagen hier, das ist ja großartig. Eigentlich müsste es ja vom Namen her ein Strauß sein, aber es ist ein V geworden, oder? VSK. Oh, das ist ja echt gar nicht zugetraut. Wir sind kreativ. VSK. Wir haben hier so ein paar Sprüche mit draufgeschrieben der unterschiedlichen Rufarten, die wir also im Saarland haben. Und das ist einfach nur toll und es macht Spaß. Und deswegen sind wir heute hier. Ich freue mich, ich hoffe, das wird so eine Tradition, dass der Verband also auch bei den Umzügen mit dabei ist. Denn das haben wir bisher nie geschafft. Aber jetzt machen wir es und das wird dann richtig toll. Wir freuen uns auf diesen wunderbaren Umzug. Oben auf dem Wagen, das Prinzenpaar aus Kutzhof, gell? Ihr habt Annalena die Erste und Jonas den Ersten mit dabei. Von uns ein erster schöner Eindruck zurück in die Kommentatorenstube. Und Stube kann man wirklich sagen. Wie gesagt, wir sitzen in einem gemütlichen, wohltemperierten Wohnwagen. Und an uns zieht hier der Umzug vorbei. Jetzt gerade der Michael Friemel auf dem VSK-Wagen. Oder VSK, wie wir jetzt gelernt haben. Aber das ist tatsächlich das erste Mal, dass der Verband so dabei ist, ne? Ja, das im Jubiläumsjahr. Sechsmal elf Jahr. Merisch-Klor, also sechsmal elf Jahr. Genau saarländisch geschwätzt. Merisch-Klor ist deren Thema. VSK, man kann es ruhig sagen. 174 Vereine, 34.500 Mitgliedern. Da ist schon was los. 12.000 Kinder davon. Oder unter 27. Und auch so ein bisschen... Unter 27 ist noch... Kinder und Jugendliche war immer so das Wort, wo man das Ganze ein bisschen ausweitet. Aber wie gesagt, VSK ist auch schon eine Sache. Nicht nur Jugend und auch diese Integrationsgeschichte, sondern auch mit Deutschland und Frankreich. Mittler, es gibt französische Vereine bei uns, die Mitglied sind. Von den 174 ist eine ganz interessante Sache. Und ganz wichtiger Verband, der das Ganze über, sag ich mal, übermaßen für alle regelt. Da haben wir gerade unseren SR3-Wagen, die Kollegen von SR3, der Sonderbus ins Saarland. Und da haben wir den Udo Lindenberg und Peter Maffay, wie man ihn kennt. Aber so schön, dass die Kollegen von SR3 auch dabei sind, ne? Die versuchen ja immer bei der Phasen im Saarland auch richtig aktiv zu sein. Ist ihnen auch im Frühjahr gelungen. Und der Michael ist gerade hier am rumflitzen. Ich kann ihn gar nicht so genau sehen. Aber wie viele Teilnehmer haben wir denn in diesem Jahr, Martin? Also wir haben, was jetzt das Ganze von den Gruppen betrifft, haben wir 40 Vereine. Wir haben über 1600 Leute, die mit am Start sind. 1600, meine ich wahrscheinlich. 1600, die gemeldet sind. Das ist immer das Thema, wer gemeldet ist, wer dann tatsächlich mitgeht. Da muss man auch unterscheiden. Es sind ja dann auch tatsächlich immer Gruppen, die noch gestern Abend um 23 Uhr gab es die letzte Änderung. Ja, weil Duttweiler abgesagt wurde, ne? Ja, genau. Es kam noch einiges dazu. Das muss man auch mal sagen. Das ist ja auch so eine Sache, dass dann bis zum letzten Punkt unser Zugmarschall schauen muss. Jetzt gucken wir mal, wo der Michael sich jetzt rumtreibt. Ich sehe ihn immer nicht. Michael, wo bist du? Ich bin auf einem Eierlikör unterwegs. Und damit ist schon klar, wo ich bin. Ist es Udo? Es ist mein Freund Udo Eberhard Schilling. Zum Wohl. Wo ist das denn? Eierlikör nur zum Gurgeln. Nur zum Gurgeln. Für die Stimme. Für die Nachtigall. Und passt natürlich zum Motto. 40 Jahre SR3 Saarlandwähle. Alles unter dem Motto Udo. Weil Udo kommt ins Saarland. Feiert zwei Geburtstagskonzerte mit uns. Weil du sehr freundlich. Du hast schon im SRS geschickt. Und hast gesagt, komm schon vorbei. Und er hat gesagt, jawohl. Ja, er wollte jahrelang nicht kommen, weil die Halle, der zu groß war. Jetzt haben wir einfach Lehbach gerodet. Jetzt klappt es. Hast du ihm eigentlich geschrieben, dass hier heute lauter SR3-Hörer als Udos im Saarland unterwegs sind? Ich habe ihm eine WhatsApp-Nachricht noch geschickt, die Nacht. Ich nehme an, wenn er wach ist um die Zeit, wird er den Zug jetzt auch und die Lindianer hier auf dem Wagen auf jeden Fall erleben. Und uns dann Eierlikör. Du bist ja noch erstaunlich fit. Also so, da kam ja alles sauber raus. Alles war. Bei uns ging alles sauber raus, wie wir im Fernsehen sahen. Genau. So, pass auf, ich habe noch eine Überraschung für dich. Achtung. Oh. In der Eierlikör. Babsack. Prost. Bisschen Eierlikör mit Konfetti. Der Sonderbus im Saarland SR3. Mit Hodo Lindenberg in ungefähr 30-facher Ausführung. Die Frau Amok gesehen haben, ne? Martin, wen haben wir denn da jetzt? Jetzt sind wir beim Hoppetitz. Kinderkarnevalsverein aus Neunkirchen mit Herz, Humor und Heiterkeit. Sie lebe hoch die Narrenzeit. Ulla Katerin ist dort die Präsidentin, deren Mann Dieter Katerin, VSK-Ehrenpräsident. Auch eine lange Tradition, die hier mit dem Kinderkarneval verbunden ist. Und die Kinder, oder die Märchenprinzessin ist da auf dem Wagen. Dort gibt es seit etlichen Jahren immer diese Geschichte, dass Märchenprinsen und Prinzessinnen dort die Regentschaft führen. Und wie gesagt, lange tätig. Sie macht eine ganz tolle Sitzung im Übrigen in Nordweiler sonntags. Die Ulla Katerin ist sehr gut vernetzt im Saarland und auch in Rheinland-Pfalz. Ganz tolles Programm. Und sie hat gute Connections zur Popcorn-Industrie, wie ich sehe. Genau. Da hat sie irgendwie ordentlich was dabei. Normalerweise trägt sie einen roten Hut. Dann wundert es mich mal. Da ist sie doch. Ich sehe sie. Sie ist bei unserem Michael Friemel. Mit rotem Hut, oder? Genau. Da wird sich gerade herzlich begrüßt. Man muss ja wissen, unser Michael ist ja ein alter Karnevalist. Man kennt sich. Da ist sie, genau. Immer roter Hut. Typisches Markenzeichen. Der Ulla. Hat sie verschiedene oder ist es immer der gleiche rote Hut? Ich hoffe, sie hat verschiedene rote. Also ich kenne sie auch nur mit dem roten Hut. Also das ist in der Tat so ganz selten. Ich habe sie noch nie ohne Hut gesehen. Noch nie? Wirklich? Wenn du die mal treffen wünschst, ohne Hut irgendwo in der Stadt, in Juli oder so, wünschst du gar nicht erkennen. Und wir machen gleich das Selfie. Wer sind sie? Ja, Selfies, das muss natürlich sein. Auf jeden Fall. Aber die haben auch ganz schön, die kamen ganz schön auch mit, wie sagen wir das, Fußgruppe. Die Fußgruppe ist relativ groß gewesen jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe. Also auf jeden Fall, die Ulla schmeißt Popcorn. Der Michael hat jetzt den Friedl Wagner bei sich. Michael, frag ihn mal nach dem Motto des Zuges. Ich bin beim Zug, ja ich bin beim Zugmarschall höchstpersönlich, soll von Verena nach dem Motto des Zuges fragen. Nach dem Motto vom Zug? Ja, Verena, die Nachrichtschar folgt dem Prenzenpaar. Seit 50 Jahren ist ein selbe Motto, weil das richtige Motto hatte ich noch nie in meinem Leben behalten. Das ist doch auch stinkig, egal. Ja, die Nachrichtschar folgt dem Prenzenpaar. Und schon haben wir ein Motto. Hast du alles im Griff, Friedl? Ja, hier ist wirklich alles im Griff. Läuft alles bestens. Jokus hat uns geholfen mit dem Wetter. Es läuft alles optimal. Es ist alles ruhig und friedlich. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen Spaß haben. Übrigens hätte ich jetzt noch eine Depesche. Einen besonderen Gruß hier im Fernsehen. Einen besonderen Gruß an unseren ehemaligen Prinzen Frank der Erste und seiner Alexandra die Zweite. Die Hanjesse Kindglied ist Anna Clara, ist am öfter Zuhörer auf die Welt gekommen. Das hat er wenigstens mal richtig gemacht. Wenn es alles kein Bub ist, meldet es in den Armen. Das hat der Opa immer gesagt. Aber er hat ja den Spitznamen der Prinz Dauerren. Weil er hat zweimal Prinz gemacht, zweimal Besuch abgesagt. Aber jetzt hat er Winz. Jetzt ist er Vater wo er. Und er konnte heute beim Vsk mitfahren. Da hat er aber was Schönes gekonnt und hat heute sehr Spaß. Ich persönlich finde Prinz Dauerrenn ist das schönste Name für den Prinz, den ich je gehört habe. Ich habe keine Zweifel. Irgendwann machen wir eine PIN oder Orte draus. Prinz Dauerrenn hat was. Friede Wagner, der Zugmarschall, der natürlich den Überblick hier behalten muss. Sind sie alle gar pünktlich, sind sie alle gar in einer Reihe. Ich lasse nochmal weiter schaffen. Ich habe jetzt auch gleich den Überblick verloren. Wen sehen wir denn da? Alle Hopp Spiesen. Ah, Alle Hopp Spiesen. Das sind die Freunde aus unserem Ortsteil Spiesen-Erdersberg. Ich weiß aus Spiesen. Das darf man nicht von mir. Ich wollte gerade sagen. Deren Motto, Hallen los und Spaß dabei. Ganz wichtig. Wie, was ist das Motto? Hallen los und Spaß dabei. Seit mittlerweile zwei Jahren machen die ihre Fasen auf dem Zelt. Ach, okay. Da ja in dem Ortsteil alle Hallen gesperrt sind oder renoviert werden sollten. Schwierige Sache. Klaus Reichert, der Präsident, bewuscht, den du kennst du? Ja, bewuscht. Der ist da schwer im Kämpfen für seinen Verein, der mit 330 Mitgliedern, 100 Jugendliche, also über 100 Jugendliche dafür dann guckt, dass nochmal eine Heimatstätte gefunden wird. Wie machen die das im Zelt? Haben die doch Heizung? Wie läuft das? Also es wird die ganze Logistik, was normal eine Halle hat, mit, sage ich mal, Anlage, mit Lichteffekten, das wird alles umgebaut in ein Zelt. Muss natürlich auch beheizt werden. Und ich kann sagen, es ist auch eine kostspielige Sache. Also es war im letzten Jahr schon das Thema, dass ich es vielleicht noch einmal schaffe, diese Session. Und da muss die Sau eine politische Lösung her. Herr Bernd Huf weiß das ja. Er hat es ja auch versprochen, dass was passiert. Aber hier geht es auch wieder ums Geld, kommunale Gelder. Oder auch vom Land her. Wir hoffen, dass da die Glück auffallt, die ja renoviert werden soll, dass das endlich kommt und dass dann nochmal eine Heimatstätte befunden wird, ist dann aber zwar ein Elberspark. Jo, aber trotzdem. Nötig wäre es ja, dass die mal nicht ins Zelt müssen. Wo ist denn unser Michael Friemel jetzt? Nicht im Zelt, sondern auf der Straße. Hier stimmt wenigstens mal der Ruf alle hopp. Weil die Heischer, so habt ihr ja selbst schon gesagt, aus Spießen die alle hopp. Alle hopp aus Spießen. Und du bist die Bärbel. Ich bin die Bärbel, Mitglied des Elferraten. Bärbel, wie war ihr Farsnach? Super. Unsere Zelt-Farsnach war klasse. Da wir hallenlos sind und trotzdem Spaß dabei haben, haben wir trotzdem eine Super-Session hinter uns gebracht. Uns ist ja dieses Jahr schon so viel drüber geschwätzt. Gibt Frauen auch in der Farsnach, bei Aisch das Elferrat, Frauen im Elferrat seit langem mit Tradition, oder? Ja, bei uns ist schon lange Tradition. Ich bin bestimmt schon 6, 7, 8, 9, 10 Jahre im Elferrat. Du hast schon bald elfjähriges Jubiläum. Ich habe schon zweimal elf Jahre eben alle Hopp Spießen. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich wünsche euch einen wunderschönen Umzug. Gott Jokus schickt ein schönes Wetter. Was will man mehr, ne? Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Alle! So gehört es das. Der Michael, immer an vorderster Front. Wen sind wir jetzt da, Martin? Das Pletsch Bexbach. Jawohl, die Bexbacher sind das. Die Pletsch 1953 e.V. Das habe ich gar nicht. Ich muss mal gucken. Der Präsident ist wahrscheinlich schon vorbei. Christian Brech, auch Bürgermeister der Stadt Bexbach. Seit letztem Jahr. Bürgermeister und Phasenpräsident. Und Phasenpräsident. Da ist er gerade Bild gelesen. Und Phasenpräsident. Da ist die Gewaltenteilung leider nie mehr gegeben. Aber ganz schön laut sind die. Ja, ja. Wenn der Bürgermeister schon die Phasen da schon regiert und dann noch die Stadt regiert. Das Prinzpaar sehen wir auch. Prinz Stephan der Zweite vom gelben Wagen und Prinzessin Sabine die Dritte. Und in Bexbach ruft man, nicht alle hopp oder hallo, die la hai. Wie? Die la hai. Die lachende Heimat. Ah, dann die la hai. Und wenn in Bexbach mal ein Präsident warst oder bisch, dann wird schon ganz groß hinausgelobt. Der Klaus-Ludwig-Fest, der Vorgänger war dann VSK-Präsident und mittlerweile Kanzler der Narren als BDK-Präsident. Das ist sozusagen also ein Karrieresprungbrett. Sollte es sein, ja. Klaus-Ludwig-Fest hat es mal genutzt und er ist dann jetzt tatsächlich Kanzler aller Narren in Deutschland. So kann es gehen, ne? Wie groß ist der Verein? Sind das, die sind schon einige hier, ne? Die Pletsch macht auch große Sitzungen in der Griecher Berghalle, war es da immer gewesen. Wobei die Halle ja auch auf der Kippe steht, beziehungsweise auch schon beschlossen ist. Was ist das nun mit den Hallen im Saarland? Doch, das ist eine politische Sache. Ich glaube, da hat man über Jahre entweder kein Geld gehabt oder auch nicht danach geschaut, wo es Geld gibt. Mittlerweile ist ja das schon passiert, dass auch bundespolitisch gesagt wird, es muss Geld in die Hallen und Schwimmbäder investiert werden. Und ich hoffe, dass das auch umgesetzt wird, weil das sind ja keine kleinen Beträge, wenn eine Halle renoviert werden muss. Wir in Hangart haben das auch gehabt, dass unsere Halle renoviert worden ist. Zum Glück eine kleine Mehrzweckhalle, auch mit viel Geld auf Top-Niveau gebracht jetzt. Und wir haben Glück, da läuft alles. Das ist ein eigener Saal. Aber andere Vereine, die in Zelte dann feiern müssen, das ist schon mehr als bedenklich. Hier ist die Politik gefordert, muss man einfach so sagen. Weil wir Karnevalisten können das nicht richtig. Ja. Aber wenn sind wir denn jetzt da? Da ist jetzt, glaube ich, Star Wars am Werk. Jetzt sind wir bei den Imperial Order. Eine Star Wars-Gruppe, auch eine ganz interessante Gruppe, die sehr rührig ist, die auch da noch sammelt für verschiedene Projekte. Mein Geschäftspartner, der Chewbacca, der muss gleich kommen. Der ist 2,30 Meter groß. Wie auch ohne Kostüm, oder? Nee, nee, der ist 1,90 Meter, ist er tatsächlich. Der Kai-Uwe Bach, der steckt da drunter. Und der Michael ist ja neben ihm. Und er kann aber nicht reden, er macht. Warte, wir fragen mal den Michael. Michael, kann der Chewbacca was sagen, oder kann er nur... Also Chewbacca, hat ja normalerweise, sagt ja nichts, oder? Oder Chewie, was würdest du sagen zu diesem Umzugswetter hier? Nee, kommt nicht raus. Aber was, ich glaube, eure Rasse, ihr habt ja ganz viele verschiedene Worte für Holz, oder habe ich mir sagen lassen? Ich glaube, er wirkt dich, was da noch kommt, aber da kommt nichts raus. Nee, man versteht nichts. Du, er hat, ich habe das Ohr ganz nah dran. Ich kriege nur warmes Ohr, aber Heere tue ich nichts. Kommt, Lena, lauf weiter. Aber es war schön, ich habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Chewie, alles Gute. Aber Nils, ich war's. Ich kann dem Moe vielleicht sagen, was er gesagt hat. Ja. Wir sehen uns Moe. Wo sehen euch dann Moe? Ja, eventuell eine Büromäer. Wir haben aber auch die Phasen, das Z8 zu, dem ich ehrlicherweise auch... Ja gut, das würde mich jetzt auch erstaunen, wenn nicht. Ja. Also bitte, wer wendet ihr? Im Übrigen, die Gruppe kann man auch privat und für gewerbliche Zwecke buchen, die sind dann ein ganz tolles Highlight, also auch für die Eröffnung von irgendwelchen Geschäften oder so. Und dann sammeln sie für verschiedene Projekte. Und das ist auch eine Sache, wo sie gut unterwegs sind. Ich muss mal gerade schauen, ich habe mal aufgeschrieben, Tierarzt zum Beispiel oder harte Hunde, das sind die letzten Tierschutzprojekte, wo sie mit dabei sind, wo sie dann die Gelder dann weitergeben. Also auf jeden Fall ein umtriebiger Verein. So, und hinter Chewy, wen haben wir da? Guckemusik. Bishama Sholva Trepla. Guckemusik gehört ja eigentlich zu den Umzügen im Saarland, inzwischen schon fast dazu, ne? Sind wir dabei. Ich denke, es hat sich ein bisschen verlagert jetzt im Saarland, auch in Rheinland-Pfalz. Es gibt ja mittlerweile etliche Guckemusikerverbände und Vereinigungen. Und ich, ja, es gehört dazu, so wie das Wasser zum Rhein oder ich weiß das nicht. Oder zur Saar. Zur Saar, genau. Nenn mal die Saar. Die machen immer gut Stimmung, das gefällt mir. Ja, genau. Das ist einfach die Musik, die reißt dich mit. Die letzten Jahre haben wir so ein bisschen Regelmäßigkeit drin, dass wir die selbe, die bei uns dann sich anmelden und nach der Herkunft, wir müssen die Buskosten übernehmen. Sind ja auch so Sachen übernachten, es kostet je nachdem, wo sie dann übernachten. Und wie kommen die denn jetzt her? Die kommen aus der Melanchthon-Stadt Bretten im Graischgau. Das sind also 23 Kilometer bis Karlsruhe. 23 Kilometer bis Saarbrücken? Naja, gut. Nee, nee, das ist bis Karlsruhe, 23. Jo, und wie gesagt, das ist auch immer logistische Sache, die der Friede Wagner dann klärt, dass die ganze Gruppe dann hier auch untergebracht werden. Es ist gar kein Wunder, dass der sich das Motto vom Zug nicht merken kann. Der hat ja den Kopf voll mit anderen Sachen, der Friede. Ja, mit dem Zug-Motto sind wir heute ein bisschen schlechter gekommen. Aber der Friede hat sich selbst gesagt, bevor wir irgendwas Falsches sagen, nehmen wir mal seit 50 Jahren das gleiche. Die Narenschar folgt dem Prinzenpaar, das kann sogar ich mir merken. Genau, die Narenschar folgt dem Prinzenpaar. Martin, bis zum Schluss, bis zum Schluss haben wir das drin. Vorwärts und regwärts. Genau. So, wer kommt jetzt? Wen haben wir jetzt? Nochmal kommt jetzt unser NKA-Präsidium. Das Prinzenauto. Mit dem Prinzenpaar. Guck mal, da ist es, ich sehe es schon. Ah ja, Prinzenpaar des Jahres. Nikolas der Erste und Carina die Erste. Nicht nur NKA-Prinzenpaar, sondern auch Prinzenpaar beim VSK. Sie sind Prinzenpaar des Jahres geworden. Nach 22 Jahren mal wieder, war mal erfolgreich mit NKA. Wir haben ja ein Prinzenpaar. Ihr schickt immer eins hin und dieses Jahr haben wir gewonnen. Genau, also nach 22 Jahren haben wir noch mal gewonnen. Im Übrigen darf ich hier anmerken, dass unser Prinzenpaar eine tolle Sache gemacht hat. Sie haben für die Klinik-Clones, also für den Klinik-Clown gesammelt. Und da sind sage und schreibe 11.111 Euro zusammengekommen. Die sind am letzten Samstag überreicht worden in der Marienhausklinik in Kohlenhof. Und da haben alle mitgemacht. Klinik-Clones sind quasi, die gehen zu den Kindern in die Zimmer und versuchen denen einfach so ein bisschen den Tag etwas leichter zu machen. Und das ist ein Programm, was echt schön ist und bei den Kindern super gut ankommt. Ja, sie haben auf die Blumensträuße verzichtet, weitgehend sind auf die Geschenke. Und natürlich gab es immer noch ein paar Blümchen, aber auf allen Veranstaltungen, es waren glaube ich fast 75, die sowieso gebucht waren. Und nachher im Prinzenpaar des Jahres noch ein paar mehr. 75? Ja, ja. Dann haben sie überall so eine Spendenbox dabei gehabt, auf der wurde gesammelt. Und da kam diese stattliche Summe zusammen und der NKA hat noch aufgerundet und die Sponsoren. Das war eine tolle Sache. Da muss man aber kerngesund sein als Prinzenpaar. 75 Veranstaltungen. Ja, das Dreigestirn in Köln hat 400 Termine. Es kann immer schlimmer kommen. Jo, und ich sehe schon, Michael Friemel ist wie immer ganz oben mit dabei, Michael. In der Tat, ich bin nicht bei irgendeinem Prinzenpaar. Das Prinzenpaar des Jahres, Carina die Erste und Nikola der Erste. Herzlich willkommen, schön, dass ich bei euch sind darf. Ja, schön, das darf ich. Wie geht's da dann? Sehr, sehr gut. Das ist mega geil hier. Ja, das ist zu sehr. Das weißt du, von was ich hier die Erste open bin. Ja, das verstehe ich nicht. Sag mal, habt ihr schon andere Umzüge gehabt in diesem Jahr? Nee, das ist tatsächlich der Erste. Wir gehen aber morgen noch in Spießen mit. Das war auch schlecht wettergeletsche Tage gewesen. Ja, das sehe. Aber wir sind froh, dass man das noch heute durchziehen könne. Ich freue mich, dass ihr da seid. Nicola, ihr seid zum Prinzenpaar des Jahres gewählt worden. Wie war eure Session? Ach, großartig. Das war ein toller Termin. Es hat so viel Spaß gemacht. Also schade, dass es am Mittwoch schon zu Ende ist. Wie ist es für euch? Dürftet ihr euch fürs nächste Jahr eigentlich noch mal bewerben? Oder ist am Aschermittlung wirklich alles vorbei? Am 11.11. ist bei uns alles vorbei. Aber als Prinzenpaar des Jahres haben wir noch ein bisschen Zeit. Bis zum nächsten Prinzenpaar des Jahres, im Januar nächsten Jahr. Aber sagen wir, dahinten drauf zu stehen, ist jetzt wirklich ganz ehrlich so. Was für ein Blick, kommen alle Gase zusammen. Wie rufen ihr? Hayo oder alle hopp? Wir hayo. Alle hopp, dann bei drei. Hayo. 1, 2, 3. Machen wir schon bis 3 gezählt. 1, 2, 3. Hayo. 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 Ich finde es schön. Alle hopp, dann hayo. Der Michael. Wir haben nochmal Guckemusik. Wo kommen die dann jetzt her? Wo sind wir? Die Schwobber. Ich kann das gerne ausschreiben. Ich muss jetzt zweimal hingucken, bis du es ausgeschwitzt hast. Schwobber quitter. Die Schwobber quitter. Die Schwobber quitter. Die kommen woher, Martin? Die Schwobber quitter kommen aus Oberkroppen e.V. Das ist ein eingetragener Verein. Das gibt es seit 25 Jahren. Aktuell haben sie 35 aktive. Ich glaube, die sind fast alle da. Und geleitet wird das Ganze von Simone Eder Neumeister. Die sehen gut aus mit ihren Tieren. Sie haben so Tierköpfe oben drauf. Rückenmusik, Blut. Man merkt natürlich, wie du es schon gesagt hast, Guckemusik. Der Friedl guckt auch immer so, dass er im Zug, im Aufbau ein bisschen abwechselt. Dass die Musikgruppen schön verteilt sind über den Zug. Damit man auch schön unterhalten wird als Zuschauer. Also das klappt auf jeden Fall, würde ich mal sagen, oder? Also es ist, bei so einem Zug ist ja sowieso immer Stimmung. Aber wenn die Guckemusik da ist, dann ist das noch ein Tüpfelchen drauf, würde ich behaupten. Ich hoffe es doch, oder? Ja, klar. Wobei, in dem Wohnwagen, man muss jetzt sagen, so die Stimmung, aber ich glaube, mir grinst noch gut mit, ne? Ja. Trotz unseres Wohnwagens sind wir quasi mittendrin, statt nur dabei. Oder dank unseres Wohnwagens. Ja, genau. Und jetzt haben wir auch mal eine Gardegruppe. Da warte ich ja schon die ganze Zeit noch nicht als alte Garde-Tänzerin. Ja, ach herrlich. Stimmt, du hast schon gerade getanzt. Ja, in Kastel. Jetzt sind wir beim KKW, Karnevalskulturverein Wellesweiler, der Heimatverein von unserem Prinzepart des Jahres. Das ja für uns tätig war und erfolgreich war. Der Schildträger ist der Sitzungspräsident Frank Nobel, mein Freund und Kamerad, der auch bei mir am Samstag, nee, am Samstag bei einer Sitzung mal kurz ein Moderationsteil übernommen hat, weil die Stimme halt fast weg war. Und im Übrigen der größte Verein beim Neunkirscher Karnevalsausschuss, fast 500 Mitglieder. Und eine richtig große Garde. Ja, in der Tat. Also auch hier haben wir nicht nur die Garde, auch die haben das komplette Programm. Die machen vier Sitzungen im Pfarrheim in Wellesweiler, in der Kirche. Einmal wird Kirche gemacht, dann wird Kappelsitzung gemacht. Da hat der Elmar Schreiter, der Ehrenpräsident, hat das ganz klasse geregelt, dass hier ein Veranstaltungsraum entstanden ist, der von der Kirche genutzt wird, kann auch privat gebucht werden und vom Karnevalsverein. Super, da haben Sie mal kein Hallenproblem. Nee, das war frühzeitig erkannt und ist gelöst worden und vor allem für alle Ewigkeit. Deinerseits, 200 Leute, Thema Brandschutz. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Thema Brandschutz gehen wir jetzt nicht ein, das lassen wir. Motto, Killer, Klaren, Waffenschieber, KKW im Krimi-Fieber. Yes, das ist nee. Das sieht man aber, ach, da sind sie, die Gefährlichen. Das sind die Polizei und Verbrecher, mischen sich quasi. Ja, genau. Das waren jetzt, das sind Elmar Schreiter, das ist so eine Kaltstartergruppe, die am Anfang der Sitzung immer das Programm bisher so eröffnet und die Kaltstarter wirklich macht, dass dann das ganze Publikum ein bisschen angeheizt wird und das funktioniert wunderbar mit den vielen Frauen, die im Übrigen gerne Aspach trinken, Aspach-Cola. Wenn es dann so ist, dass Aspach-Cola ein Euro kostet auf manchen Veranstaltungen, ist das natürlich... Aspach-Cola ein Euro? Ja, soll es geben, soll es geben. Das wäre mein Untergang. Ja, deren manchmal auch. Nein, nein, natürlich nicht. Gut, ein bisschen Untergang gehört zu der Phasenverzug, das muss man schon sagen. Ja, natürlich. Sie sehen das ja nicht, liebe Zuschauer, aber der Martin trinkt hier auch nicht Wasser. Doch, ich habe Wasser hier. Du hast ein Wasser, aber du trinkst ja die ganze Zeit in der Bierflasche. Ja, aber die hat mir jemand reingereicht und das wollte ich nicht ablehnen. Ich bin auch, ich warte noch auf meinen Krimon, mir wurde eben einer versprochen. Ich hatte schon zwei, aber einer geht nicht. Du hast aber beim Hauptamtsleiter Fred Laibe gut gesagt, er könnte eine halbe Stunde mal kommen. Ah ja, damit das... Ich muss ja noch ein bisschen durchhallen. Oh, die ist jetzt rum. Dann sollte man gleich mal anschreiben. Und guck mal, wer gleich kommt. Wen sind wir denn jetzt im Bild? Das ist ihr großer Aufstieger, der große Wagen vom KKW Wellesweiler. Der Elferrad ist drauf. Der KKW, begrüßt den Kulturmoderator des SRF. Martin Spall. Das ist Dieter Fritz. Der war vor 22 Jahren eher Prinzenpaar des Jahres mit seiner Frau. Deshalb Bühne-Kinder Fritz. Das ist heute die Präsidentin. Die waren damals Prinzenpaar des Jahres im Ügge mit demselben Fahrer, mit Winfried Höhr. Also es liegt am Fahrer. Wenn der fährt, wird man Prinzenpaar des Jahres. Jetzt haben wir die Karte verraut sozusagen. Genau. Prinzessin war schon noch nicht, Verena. Gedanzt war schon. Nee, nee. Gedanzt, aber noch nie Prinzessin. Ich glaube, das wird auch nichts mehr mit mir. Die Prinzessin des Jahres sind vorbei. Was ist mit den Kindern mit dem Nachwuchs? Das könnte was werden. Das stimmt. Gehören die jetzt auch noch zu Wellesweiler? Nee, nee. Jetzt sind wir bei der nächsten Gruppe zum ersten Mal dabei. Das ist der Musikverein aus Gütingen. Ach, guck mal, da ist Anke Rehlinger haben wir gerade im Bild. Als Astronautin. Ja, das war unsere Ehrentribüne. Das sind alle Menschen, die wichtig sind im Kreis, im Land, vertreten. Sie haben heute kein Dach drüber. Sie haben Glück gehabt. Das Schicksal hat es gut mit Ihnen gemeint. Aber hier, die sind schon klar verkleidet auch, ne? Ja, ich bin zum ersten Mal dabei. Die Freunde aus Gütingen. Die Leitung hat Benjamin Schneider, Vorsitzender des Manfred Wies. Und ich hoffe doch, wenn sie zum ersten Mal dabei sind, dass sie auch nächstes Jahr nochmal wiederkommen. Also ich glaube, das war eine gute Erfahrung oder ist eine gute Erfahrung jetzt. Es ist trocken, es ist nicht stürmisch. Alle sind freundlich. Ja, mit dem Wetter war natürlich, wenn ich gestern rausgeguckt habe und es sind ja auch einige Züge ausgefallen. Hast du ein bisschen Angstkritt, gell? Ja, was hier ist Angstkritt, ja. Angstkritt ist ein anderes Gefühl. Ich bin ja beim Saarländischen Rundfunk in besten Händen. Wir haben doch Connections zum Wetter und alles. Wir haben natürlich dafür gesorgt, dass das heute hier einwandfrei läuft. Und jetzt haben wir nochmal einen richtig großen Wagen. Ja, der Karnevalverein Eulenspiegel, Haus Fuhrbach e.V. Das sind unsere Freunde aus dem Stadtteil Fuhrbach, wie der Name schon sagt. Auch ein großer Wagen. Ganz oben mit Mikrofon sehen wir Fabian Müller, müsste gleich nochmal ins Bild kommen. Der Sitzungspräsident war auch mal Prinz gewesen. Fabian der Erste mit Denise der Ersten. Vorsitzender ist dort Sven Fletschen, der war auch Prinz. Prinz Sven der Zweite, Isabel die Erste. Im übrigen nacheinander 2013, 2014 und 2014, 2015 war der Fabian dort Prinz gewesen, der jetzt Sitzungspräsident ist. Und deren Motto KVE im Land der Fantasien. Auch immer Musik drauf. Auch ein sehr lauter Wagen, was auch dazu gehört. Da braucht man keine Musikgruppe, hinten dran oder vorne dran direkt. Aber eine schöne Garde haben sie hinten dran. Ja, die Thielgarde. Da vorne haben wir noch die Prinzessin jetzt gesehen mit der blauen Perücke. Das war die Isabel, die Trainerin ist von der Thielgarde unter anderem. Dann die letzte Dame, die wir hier sehen, das ist die Tochter von unserem Oberbürgermeister, die Annabelle Aumann, die auch in der Garde sehr toll mittanzt. Also auch hier sieht man, dass die Nachwuchsakteure städtisch verwurzelt sind. Und die rufen auch Hayo? Ja, die rufen auch Hayo. Karnevalsgrußarten in aller Form, wie man eben schon gesagt hat. Wir sind ja doch völlig tolerant. Wir akzeptieren alles. Hayo, Dilla, Hay, Hay. Dilla, Hay. Die lachende Heimat. Bei uns in Hangart rufen wir Brunneputzer Hayo. Da kommen wir später vielleicht noch dazu. Dann gab es noch den, da gibt es den Karnevalsgruß Hayo Hopp. Das ist der Verein, der auch noch im NKA drin ist. Ich sehe, der Michael ist in einer Gruppe von Hexen gelandet. Michael, geht es dir gut? Ja, mir geht es sehr gut. Es ist ja eigentlich nicht so kalt. Es kommt ein bisschen weiter. Als müsste man uns jetzt von innen wärmen. Aber es schadet ja auch nichts. Ich bringe euch was vorbei gleich, Verena. Aber dieses Jahr ist ja das Schöne, man muss keine Lange Unabuchs haben. Nein, das stimmt. Aber wir haben auch wirklich keine angezogen. Ich werde es auch nicht kontrollieren. Ich glaube es euch. Ich muss mich nicht vom artungsgemäßen Zustand der Unabuchs überzeugen. Das hätte mir aber jetzt auch nicht gemacht. Ich weiß ja. Wer sind ihr da? Wir sind vom Karfreu Ollespiegel von Furbach. Und du hast, was hast du gesagt? Die Furbacher Hexe. Die Furbacher Hexe von der Euliespiegel. Jawohl. Entschuldigung. Du hast ein Glas. Ich muss aus der Flasche trinken. Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Willst du mal trinken? Ja, komm. Was soll man? Was soll man? Ja, das ist schon eine andere Zeit. Ja. Ja. Ich muss aber ein bisschen dichter rankommen und ziehe ich mal der Halbstuhl. Das ist sehr lecker. Ja, das ist sehr lecker. Alle hopp. Also. Hallo. Das dürfen wir jetzt nicht mehr zu oft machen, Michael. Ich mache ein bisschen Sorgen. Der Gesichtsausdruck war besorgniserregend. Nicht jeder kann so gut Schnaps trinken. Ich habe eben schon gesagt, wenn ich jetzt mit dem Schnaps anfangen würde, dann wäre man schnell durch hier. Wenn der Hammer dort, die Dala. Der Cremont fällt immer noch. Cremont geht besser als Schnaps. Ach, guck mal doch. Der Michael, vielen Dank. Ach, du denkst ja an alles, Michael. Vielen Dank. Aber soll mir jetzt Feigenschnaps trinken, Martin? Ich weiß nicht. Ja, das schmeiße ich für dich in den Mülleimer. Nachhaltig, pass mal auf. Allein, Michael. Komm, wir stellen nochmal kurz weg. Nee, also wenn ich jetzt, ganz im Ernst, wenn ich jetzt Schnapp trinke, dann... Nee, ich bin genauso angeschnallt wie ich, ne? Komm. Die Dala. Vertragen einfach nichts. Ja. Ältester Karnevals... Ich sage immer gern für ein billiges Date. Au, 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 au. Bisschen? Wir gehen nochmal zum Programm. Ja. Ältester Karnevalsverein, die Dala. Ja, der Präsident, der kommt nachher noch auf den Wahn. Ich kann kurz erzählen, der Motto 2020, Dala, 70 Jahre, Nährisch, wunderbar. Also mit Gründungsmitglied vom NKA und wie gesagt, auch Ältester Verein 1950 gegründet. Auch ein ganz großer Verein, der hier auch in der neuen Gebläsehalle in Neunkirchen, das Thema Veranstaltungshalle, hat sich in Neunkirchen ein bisschen entschärft in der Form. Wir haben ja die neue Gebläsehalle, das war ja das Baby von unserem ehemaligen Oberbürgermeister Jürgen Fried. Eine tolle Veranstaltungshalle, bis 1000 Leute, wo wir auch unter anderem regionale und auch überregionale Künstler haben. Und unsere Vereine nutzen diese Halle als Veranstaltungshalle. Die kann abgeteilt werden, 300, 400 Zuschauer bis zu 700 Zuschauern. Mit toller Bühnentechnik ist für uns in Neunkirchen das Thema Halle, was Karneval betrifft, erledigt. Sport nicht. Das ist ja zum Glück heute nicht unser Thema. Ne, wir wollen weiter. Wir bleiben NERRICH wunderbar oder NERRICH chlor, wie der VSK gesagt hat. Also auch viele Jubiläen, wie man sieht. Wir sind jetzt in der Zeit, wo so die 60- bis 70er Jahre, also die ganz alten Vereine, wie jetzt die DALA, die haben schon 70 Jahre, Vorredran, die haben 66 Jahre, kommen so langsam, die dann nach dem Krieg gegründet worden sind. Aber auch hier, die DALA durchgehend besetzt mit eigenen Akteuren, eigene Garten, tolles Männerballett, Marisha. Und ganz schön starke Marisha, muss man sagen. Ja, ja. Trägt sie da auf den Schultern den ganzen Weg, mein lieber Mann. Ja gut, der Tanzsport hat sich ja auch in den letzten Jahren, als wir es im letzten Jahr, wenn man das so ein bisschen genauer beobachtet, das ist so schon mehr Akrobatik wie Tanze. Und das geht ja in manche Sachen schon, das ist ja schon lebensgefährlich, wenn man da manche Hebefiguren. Aber wenn wir zwei das jetzt gleich draus machen, wir reden danach im Umzug, bin ich mal gespannt, wie weit man komme. Ich will ja schon seit 100 Jahren nur mal halb die Hebefigur von Dirty Dancing hinkriegen, aber ich glaube, das geht heute nämlich mal. Ja, dann probieren wir die nachher, oder? Ja. Aber dann muss der Falkenschnaps aber auf jeden Fall hier auf der Seite stehen bleiben. Wir sind aber beide angeschlagen, ich weiß nicht, ob das dann funktioniert. Ja, dann benutzen wir das als Ausrede notfalls. So, da haben wir jetzt nochmal eine etwas größere Gruppe, wer ist das? Wir müssen immer noch bei der... Sind wir immer noch bei der DALA, ja. DALA. Das ist immer noch bei der DALA, ich habe auch hier eine Einzelaufstellung gehabt, da fehlt dir der große Wahn, der kommt ja schön da dran, den sieh mal erst. Ach du liebes Wahn. Also unter anderem haben wir die Juniorengarde, Aktive Garde, wir haben die DALA Dancing Diamonds, Männerballett mit Bollerwagen, die Entengarde, die Stahler Divas, das ist Travis Tischow, das ist die Nana Rose und der Michelle De La Rose. Das sind auch zwei DALA-Mitglieder, die auch hier bei uns im Kreis und auch ein bisschen überregional auftreten in einer tollen Travis Tischow. Die sehen auf jeden Fall Chlor aus, das muss man sagen. Und am Ende kommt dann gleich noch der große Komiteewagen der DALA mit ihrem Präsidenten, Ralf Beckhäuser, auch der grüne Baron genannt. Der grüne Baron? Ja, ja, DALA ist ja, die grüne ist ja deren Vereinsfarbe und wir haben am Freitag haben wir ja unsere große Gemeinschaft dazu gehabt in der neuen Gebläsehalle und da sind sogar die Serviette, die er mitbringt, sind auch grün. Also der Ralf Beckhäuser, wie gesagt, grüner Baron dürfen wir mittlerweile sagen, es hat sich so schon... Hat er sich dagegen gewehrt? Nö, auch gestanden, er ist sogar ein bisschen stolz drauf. Nee, also er ist ja, wie gesagt, Vorsitzender vom Elsterverein hier in Neunkirchen und mit Stolz, er braucht auch kein Mikrofon, wenn das Mikrofon mal nicht geht und er ruft, hallo, so rufe die DALA, ist das gar kein Problem. Also er ist schon berühmt berichtigt dafür, auch für seine lange Sitzung. In diesem Jahr war es später wie geplant, wohl immer muss so sein. Was heißt das? Ja, er hat... Vor oder nach 24 Uhr. Er sagt immer, ich habe so viel tolles Programm, das wird halt später, ne? Und wenn die Leute dann Zugabe rufen, dann denkt er auch, komm, dann machen wir halt die Zugabe. Und ruckzuck wird es dann halt zwei Uhr. Zwei Uhr? Wann geht es dann los? Ja, um acht, so, da kann ich ja rechnen. Aber er ist auch der, wo er mietet, die er dann in der Gebläsehalle bezahlen muss, vollends ausnutzt. Also das macht er, ne? Weil du zahlst nicht die Zeit, du zahlst noch Ware, Einkauf, du wirst gar nicht, wie das dort geregelt ist. Aber es muss ja auch in Miete noch bezahlt werden für die große Halle, wegen der Technik und auch wegen dem Personal. Das ist auf jeden Fall schlau von ihm, das dann richtig gut auszunutzen. Die Danzdeivel sind das da, ne? Jawohl. Die DALA Danzdeivel. Ja, das ist auch noch eine Gruppe der DALA. Und jeden Moment kommt da vorbei der große Prunkwagen. Ich vermute, dass Ralf Beckhäuser uns auch begrüßen wird, wenn er uns hier unten findet. Wir sind ja gut versteckt. Ja, mir gefällt das ganz gut, wenn man hier so einen extra großen trinkt. Also ich muss dir ehrlich sagen, also der Wohnwander, das ist hier wirklich, wir sitzen auf Weichen. Ja, ich weiß. Und schön dekoriert. Ein bisschen Luftschlange. Ein Lob an den SR, oder? Ja, danke. Das kennt man ja fast in der Fall. Komm, wir stoßen mal an, ohne zu trinken. Oh ne, wenn ich jetzt Schnaps trinke. Komm, wir machen es so. Bisschen. 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 Nur Schluck. Komm. Nur Schluck. Liebe Verena. Lieber Martin. Auf ein gutes Gelingen noch, ne? Gut. Oh weh. Moment. Oh, das war... Ja, komm, ich hab auch nur Schluck getrunken. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Wir heben nur auf, ne? Gutes Stöffchen. Das hat er noch hingefangen. Feige. Alter Sack. Alter Sack. Ja, das hab ich jetzt nicht auf mich bezogen. Doch, bei mir steht Alter Sack drauf. Ist das bei dir, Atrus? Hey, jo. Oh, danke. Guck mal, da sind sie jetzt, die Dala. Jawohl. Und mittendrin statt nur dabei, wie immer, Michael Friemel. Auch auf dem Auto. Ist das unser Slogan mittendrin? ARD? Ja, ich glaube, ja, hoffentlich. Ich wollte ja wissen, wer der grüne Baron ist. Da hat er mich ein bisschen neigierig gemacht. Also, im Wrack bist du eindeutig der grüne Baron. Das ist richtig, absolut. Man nennt mich ja so in Fasnachtskreise ab und zu den grünen Baron, weil ich halt schon etwas länger dabei bin, mich auch ein bisschen auskenne in der Leinkarier-Fasnacht. Deshalb gäbe es ja einige, die dann sagen, der grüne Baron. Ist aber ein Insider-Tipp. Also, das griechste Missverständnis ist ja schon immer, dass man sagt, die Dala sind ja aus St. Anual. Das ist das andere, ne? Auf Gottes Wille, die Dala aus St. Anual, die schreiben sich in der Mitte mit R und wir schreiben uns mit zwei A und L. Und wir kommen eigentlich aus der Dalsport. aus St. Anual, die Dala. Deshalb hat sich der Svort so entwickelt, die Dalsport ist gleich da oben. Herr Baron, es ist mir eine Ehre, bei Ihnen an Bord sein zu dürfen. Ich wünsche euch noch schön die Fasnacht. Und damit einem traditionsgemäßen nicht adehop, sondern... Der hat den Namen grüner Baron in der Tat verdient. Ich kenne ihn erst seit drei Minuten und kann sagen, er hat ihn verdient. Und du hast gehört, er braucht kein Mikrofon, ne? Bitte? Er braucht kein Mikrofon, wenn er gehört hat. Von Natur aus eine kräftige Stimme. Genau, genau. So, als Phasensmensch ist das ja, besser geht's nicht, oder? Ich mache schon das Problem, dass der Mikrofon ausfällt. Und dann kommt der Ralf Beckhäuser und der vor allem hat da immer diese klassische Bewegung hier, die vier auseinander und ruft dann... Hallo! Ja, ich habe es gesehen, ich fand es gerade gut. Und die schmeißen schön Gutzjahr, das ist auch mal wichtig. Auch Gutzjahr, ja. Wurfmaterial haben wir natürlich auch so ein Thema. Mittlerweile hat das sich auch ein bisschen geändert. Für den Gutzjahr wird sich gar nicht so gerne geblickt. Sondern? Unglaublich. Ja, du musst halt Gummibärchen, musst Schokoriegel anreischen. Also es ist wirklich mit der Gutzjahr, wie wir so klassisch sahen. Obwohl wir drei Tonne, dreieinhalb Tonne verladen haben am Samstagmorgen, die dann hier unter die Menge gebracht wird. Aber du merkst, wenn du wirklich von dem Auto druckst, wenn du die Gutzjahr runterschmeißt, manche bicken sich doch gar nicht mehr. Also das ist schon... Okay. Wo sind wir da hingekommen? Werden jetzt schon die Gutzjahr diskriminiert? Das finde ich nicht richtig. Ich würde mich nach den Gutzjahr bicken. Immer noch. Ein gutes Gutzjahr hat noch keinen Schaden. Babisch Gutzjahr, gell? Ja. Und jetzt wirst du mal musikalisch... Wer ist das? Bärmesensor-Schlappeflicker. Die Bärmesensor-Schlappeflicker. Jetzt muss ich zum Leidwesen wieder sagen, ich bin eine Bärmesensgebore, liebe Verena. Du bist gar kein Saarlander. Martin, das hast du nur verdrängt. Jetzt ist es raus. Ich habe es gesagt, aus meiner Heimatstadt haben wir jetzt ein Musikkappell. Wie schön ist das? Und wen haben wir mittendrin? Der Michael Friemel. Hörst du überhaupt was, Michael? Ich bin einziger Nutznießer momentan, was ja eigentlich eine Schande ist. Wenn man in so einer Phasennachtsverein oder in so einer Umzug unterwegs ist, weiß ich aus alten Zeiten, es gibt nichts Wichtiges für ein Marsch, also für ein Garde oder für ein Funkegarde, wie ordentlich die Kapelle um sich drum herum Sachen. Entweder vordradrad oder hintradradrad. Und die Rote Funkegarde. Und die Rote Funkegarde. Und die Rote Funkegarde. Das ist eine Gruppe, mit der sie bei uns mit dabei sind. Ein ganz hochkatholischer Verein. Die Gründung war 1951 durch Kaplan Wiedefeld. Man muss wissen, das Ganze ist gegründet worden als Antwort auf die Ausschweife der Neugrischer Fasnacht. Was? Wegen der Ausschweife sind die Rote Funke gegründet worden, damit die Fasnacht sauber bleibt. Etwas besitteter. Die Fasnacht über der Gürtellinie. Eine tolle Sitzung in der neuen Gebläsehalle. Bei der Rote Funke sind Sachen dabei. Alleinstellungsmerkmal mit 16 Leuten aufgetreten. Auch bei der Gemeinschaftssitzung. Die sind über alle Klasse besetzt. Da kann ich die Josch Sire nennen, der in diesem Jahr Randständige gemacht hat. Ein bisschen die Probleme der Stadt im Spaß aufgedeckt hat. Aber wirklich die Finger in die Wunde gelegt. Wichtig ist auch hier zu nennen, wer die Verantwortlichen sind. Der Präsident ist Jörg Ruf. Vizepräsident Alexander Hüster. Und der Sitzungspräsident ist Michael Schley. Geschäftsführer der Weltkulturerbe der Völklinger Hütte. Also eine Verbindung von Karneval. Und Wirtschaft. Ja, so könnte man es natürlich auch sein. Aber die Woche gab es schon die erste Einladung, wo dann die Garde auch berücksichtigt werden. Bei kulturellen Veranstaltungen. Also man darf gespannt sein, was da noch alles passiert. Durch diese Position, die er begleitet, ist bestimmt für uns als Karnevalistik kein Nachteil. Klar. Wir sind nur Kulturvereine in dem klassischen Sinn. Wie ist es denn generell so mit dem Nachwuchs bei der Phase? Ja, ich denke, im Karnevalsverein geht es noch. Weil du hast auch die Problematik, dass man hier irgendwo, man hat ja alle integrationsmäßig, alle Volksgruppen vertreten im Karnevalsverein. Wenn ich so sehe, wer tanzt, dann tanzen auch die Mädchen. Und die Oberbürgermeister, die Tochter tanzt genauso mit, wie soll ich sagen, aus dem gemeinen Volk, die Tochter. Also es wird viel Verbundenheit ausgestrahlt im Karneval. Und trotzdem denke ich, dass man auch als Karnevalsverein seine Aufgabe erfüllen muss. Man muss was machen. Man muss was anbieten, dass die jungen Menschen auch zu uns finden. Weil es ist halt so, das Angebot ist ja auch dermaßen groß. Und Gartetanz, haben wir schon gesagt, ist ein Riesensport. Und der Michael ist jetzt für uns noch mal mit in Drittstadt nur dabei. Unser Motto heute. Von der Rote Funke aus Neukirche. Und wir haben dieses Jahr unser Motto von der aktiven Schautanzgruppe. Ein Stinktier sucht Freunde. Ich bin eigentlich wie die Mutter zum Kind. Oder wie sagt man das? Also ich bin so dazukommen, ich bin einfach bei euch hängen geblieben gerade. Weil ich dachte, da ist vielleicht ein Kind drin, das machen wir Zeilen. Aber da ist nur... Ah, ich weisse doch mal das Zeilen dürfe. Ja, das ist doch absolut legitim, oder? Ja, ich finde, pass auf der Klägen gut auf, dass nichts Ahne kommt. Ja, dass er sich nicht die Freck holt. Ja, pass auf! Ja, das Kind, das... oder so Kind, Schnapsflasche und was war das alles? Es wäre doch gelacht. Funken Fasnacht ist deren Motto. Und wie gesagt, die Funke ist ein Akkündungsmitglied des NKA. Und ich habe es wirklich da stehen. Der Tradition folgend feiern die Funke noch heute eine saubere Fasnacht oberhalb der Gürtellinie mit großem Erfolg. Also, man lädt wirklich arisch schwer drauf, dass man hier so aus der Kolpingnähe kommt und die Fasnacht weitgehend sauber hält. Wie sich das natürlich gehört überall. Was natürlich aber trotzdem heißt, dass man Spaß hat. Natürlich, man kann ja auch Spaß haben mit normalen Witzen. Ohne, dass es gemeint wird, gell? Ja, wobei ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass die Schulterknopfer die waren, wo man vorher zensieren wollte, wenn wir ehrlich sind. Wo man sich so bisschen schämt. Genau, aber nur ein bisschen. Wer ist das denn jetzt? Die bunten Gesellen hier. Das sind meine Pelzer Rhythmusfetzer aus Landstuhlen. Die auch schon mittlerweile oft bei uns dabei waren. Wobei es nicht so ein erst seit 2015 eigenständiger Verein. Aber jetzt merken wir gerade wieder die Power, die bei uns hier im Wohnwagen ankommt, die du schon gesagt hast. Gucke Musik gehört mit dazu. Bei der Fasn dürfen auch die Felser mitmachen. Da haben wir gar nichts dagegen, gell? Grenzenlos bei uns der Verein mitmachen. Integration. In allen Bereichen. In allen Bereichen. In allen Bereichen, genau. Wobei ich muss immer noch feststellen, ich habe ja mein Geschäft in Neunkirche, wenn du hier so durch Neunkirche durchlaust, also ach so die Leute, die hier dann wohnen, auch die Zugereisten, die Leute mit Integration sind da rund, die wissen schon, wann Fasnacht ist. Ah ja, klar. Ab Donnerstadt sind immer gefreut worden, wie man unterwegs war, ob heute der Umzug wäre. Seine Nähe müssen noch ein bisschen warten, der ist ja schon am Mond da. Aber auf jeden Fall, hier ist auch richtig was los. Also das muss man sagen, die Straßen gesäumt mit Menschen, das ist ja auch das Schöne an der Phase. Alle sind gut gelaunt, alle haben Spaß und eigentlich ist es fast egal, wie das Wetter ist, oder? Ja, genau. Ich glaube kaum, dass es eine Veranstaltung oder irgendeine Getour gibt, außer Karneval, wo die Gesellschaftsgruppen so ineinander verzahnt sind. Also wenn wir sehen beim NKA, die Senatoren, die auf dem Waden waren, die haben wir ein bisschen leider nicht so gesehen, weil die VSK hinter dran war und SR. Das sind die Sponsore, das sind Leute aus der Wirtschaft, die in führenden Positionen sind. Und dann haben wir wirklich schon bis zum, der als Schlosser sein Geld verdienter, der egal wer oder der mit normaler Arbeit in Anführungsstrichen sein Geld verdienen muss. Also alle Gruppen sind hier vertreten. Das ist doch das Schöne an Phasenacht, an Karneval, Fasching oder wie es immer gesagt wird. Genau. Und das ist jetzt die süße kleine... Jetzt sind wir bei der Plätsch, die KG Neinkaja Plätsch. Das ist der zwettelächste Verein in Neunkirche, der ist nur ein paar Stunden später gegründet worden. Aber mit ganz jungen Mitgliedern. Genau. Jan Acher, ein Haufe, Garden Major im kleinen und großen Bereich. Der Präsident bei denen ist der Hermann Frick. 160 Mitglieder. Wir sind inzwischen auch in der neuen Gebläsehalle. Vorher war es im Paulus-Saal. Früher haben die Sitzungen gemacht mit 1200 Zuschauern. Du lebst nicht so. Die sind noch so TUS-186-Neunkirche-Ableger. Daraus sind sie entstanden. Man darf natürlich überlegen, heute 1200 Zuschauer. Ich weiß nicht, wie man das machen wollte mit den heutigen Brandschutzbestimmungen. Das wird wohl nicht mehr so funktionieren. Brandschutz ist so ein bisschen dein Ding. Das fällt doch nicht so. Ja, da kann ich vielleicht noch was dazu sagen, wenn man irgendwo zum Thema, es kommt ja noch eine Feuerwehrgruppe. Aber bei der Plätsch, darf ich nicht vergessen, der Hermann Frick hat diesen Jahr eine ABC-Schunkelfibel aufgelegt. Eine ABC-Schunkelfibel? Ja. Wie geschunkelt wird. Man schunkelt rechts, man schunkelt nichts. Vorwärts weg. Schulterschunkler, Ohrenschunkler, Gegenüberschunkler. Und den hat er verkauft, auch zum Zweck vom Prinzipa für die Klinik-Clowns. Also das war auch eine tolle Geschichte. Das Geld hat er auch da zur Verfügung gestellt. Also die Klinik-Clowns sind die eine Sache, der Straßenclown Michael Frick ist die andere. Ich finde das immer, der Michael ist ja wirklich, das ist eine richtige Rampensau. Den kann ich überall hinsetzen. Ich merke es gerade. Also egal wo er ist. Plätsch auf Klassenfahrt ist deren Motto. Jetzt kommt gleich vorne links in der Ecke, wenn man gleich schon mit dem Wahnsinn sieht man auch deren Präsident, der hat sich wie so ein kleiner Schulbuch verklärt gehabt. mit dem blau-schwarzen Arm, mit der blauen Kap. Das ist der Hermann Frick. Da ist er. Der Hermann Frick. Auch eine Ikone, der ist schon, solange ich denke kann, ist der Präsident. Also ich bin ja auch schon 70 Jahre bei der Brunnenputzer-Präsident. Aber er ist schon länger bei der Plätsch. Der Hermann, mein geschätzter Freund. Das ist schon eine Leistung, ne? Das ist ja auch nicht unanstrengend. Das hat man auch eigentlich nie frei, oder? Wenn jetzt die Phasen drum ist, geht es trotzdem weiter. Phasenacht ist ja nicht am Arschermittwoch rum, sondern da geht es wieder weiter mit der Planung fürs nächste Jahr. Die Tanzgruppe, die sind jetzt schon wieder dran. Im Bild sehen wir gerade die Anke Rehlinger. Neben ihr die Heike Becker, Mitglied des Landtags. Bei mir Brunnenrätin. Sie hat die Senatoren gehabt von der Hangar der Brunnenputzer an. In diesem Jahr erst geworden. Die junge Dame ist im Landtag nachgewählt oder nachgerutscht aufgrund verschiedener personeller Dinge. Und bei uns dann Brunnenrätin. Also Sponsorin. Das brauchen wir auch auf der Hangar, damit wir die Kostüme bezahlen können. Das lernt ihr nicht aus. Das haben wir schon mehrfach erwähnt. Phasen ist halt eben auch nicht das günstigste Geschäft. Wie viel ist das für die Kostüme? Ja, aber in der Musik hast du eine Kostüme. Oder generell Garde-Kostüme. Ich meine, ich weiß das ja. Das war die Kostüme. Das war die Kostüme. Dann hast du 15 Gartenmädchen. Dann hast du eine Juniorengarde. Und umzug hast du 60 Gartenmädchen. Und die wollen alle neue Klamotten. Aber nicht im Jahr. Das funktioniert nicht. Das muss ich immer schön so machen, dass es auch passt. So, und jetzt geht es weiter mit Musik und einer riesigen Garde. Große Tradition, das stimmt, Verena. KUV Blaugelb Wiebelskirchen. Phasenacht ganz kunterbund. Beim KUV geht es rund. Aus dem Ortsteil Wiebelskirchen. Entstanden. Aus einer Fußball-Hobby-Mannschaft. Das muss man auch sagen. In den 50er Jahren. Das war die Fußball-Mannschaft Hidrant. Und danach, 1965, am 2. Mai, sind sie gegründet worden. Aus einer Narren-Gilde. Sitzungspräsident Kurt Rhein. Und Präsident auch ganz junger. Tobias Wollfanger. Seit letztem Jahr. Den werden wir später noch auf dem Motivwahn sehen. Bei dem. Und hier vorne sehen wir die ganze Garde. KUV über die Landesgrenze hinaus. Jede Menge Garde-Mager. Von Mini-Junioren bis aktiven Garde. Im letzten Jahren haben sie auch immer noch riesen Erfolge erzielt. Auch überregionale Meisterschaften. Aber ich glaube, das sind sie mittlerweile ein bisschen von weg. Das ist auch ein Leistungssport, der mit viel Druck verbunden ist. Und auch mit viel Geld. Aber trotzdem, also die Garde immer noch Weltklasse, wenn man sie sieht. Nur für dann an bundesweitere Turniere mit zur Halle. Das ist nochmal eine Geschichte, die geht weit über das Normale hinaus. Aber wenn man die Kostüme so sieht, kann man sich auch erklären, dass die einfach viel Geld kosten. Das sieht ja wirklich toll aus. Der Rücke, Hut. Das gelb-blau. Und die Leve auch das gelb-blau wie die grüne Baron. Das grüne Leve, die auch das hier. Die schicke zum Beispiel, wenn sie nachgeschrieben worden sind, immer ein gelbes und blaues Herz hinter dran. Wenn man das noch geht. Dann kann man das ganze Maschinen zuordnen. Oh ne. Ich habe Angst, dass der Michael schon wieder versucht, auf eine Pyramide zu steigen. Das haben wir noch aus den letzten Jungen gehabt. Das macht er immer. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Michael, mir gucke dir jetzt einfach mal zu, ob du das schaffst. Das ist das erste Jahr, wo es klappt. Pass auf, das musst du nur anfangen finden. Warte mal, du musst das Mikrofon fest. Ah ne, pass auf. Mit vereinten Kräften wird das was. Bitte brech da nix. Ach Gott. Das ist das Palmefest. Der bringt alles zum Einsturz. So schwer ist er doch gar nicht. Michael. Ich probiere das Toil jetzt seit 20 Jahren. Das gibt es doch nicht. Fürs nächste Jahr wirst du auf Diät gesetzt. Du bist zu schwer. Das Toil ist auf Krankenschein, was ich gemacht habe. Guck mal. Wirst du, was ein Osteopath normalerweise kostet? Das habe ich kostenlos gemacht. 18,50 Euro im Monat. Vielen Dank, vielen Dank. Tut mir leid. Kommt gut weiter. Oh Gott, das ist doch geduddelt. Das ist glaube ich das erste Mal, dass er tatsächlich Schaden am Gewand eingerichtet hat. Ja, da sind wir da. In der Mitte sind wir gerade mit der Tolle nach oben. Das war der Tobias Wölferger. Ja. Der Präsident von der, der auch im Männerballett mittanzt. Auch im VSK noch tätig ist. Der ist also gelenkig. Ja. Ja, das würde ich nicht sagen. Aber der dürfte von der Gewichtsklasse dürfte er nicht unter Michael leiden. Aber er ist, glaube ich, sportlich eher in der Lage, auf diese Pyramide zu krabbeln. Ich würde es mal so sagen. Ja gut. Drück das ruhig so aus. Aber ich glaube, er hat es doch schon mal probiert, Michael. Der probiert das immer. Und es hat noch nie geklappt. Vielleicht sollte man mal vorher ins Vorfeld treffen. Ja. Wir müssen üben. Das Männerballett von Vibelskaya oder egal wer. Wir probieren das. Dann musst du ja achten, die ganze Sache musst du trainieren. Eben. Man klappt ja gar nicht, dass du Training dahinter steckt. Bis, sag ich mal, jemand in der Lage ist, so eine Hebefigur oder irgendwas zu machen. Das sieht zwar schön aus, aber das ist dann halt die Arbeit. Wir üben das. Wir üben das. Und nächstes Jahr wird Michael uns alle überraschen. Auf einem Bein steht er dann oben auf der Pyramide. Wenn er dann ein bisschen abgenommen hat, wird es... Ach, gehst du dick, ist er nicht. Nee, Gölle. Nö. Ich bin eingestellt, obwohl er quergestreift ist. Ganz schlanker Kerl. Streifen mache schlank. Ja, ja. Eigentlich nicht, aber... Gut, dann haben wir jetzt hier Musiknummer. Es wird laut. Jetzt haben wir Koko Musik aus dem Saarland. Erster Vorsitzender Sebastian Schuck. Die sind auch schon letztlich Jahre mit dabei. Auch gerne bei Saalveranstaltungen mit dabei. Gibt es das schon lange Koko Musik im Saarland? Ja, Koko Musik aus Sulzbach sind die jetzt. Ich glaube, das hat sich erst die letzte Dekade so ein bisschen entwickelt. Wir haben ja vorher in Aachen schon immer Koko Musik aus der Schweiz hingeladen, weil wir selbst gar keinen hatte. Oh, jetzt wird Rad geschlagen. Eieiei. Jetzt kommt ja der Hangar der Brunnenputzer-Präsident, der mit Stolz gleich aufstehen wird, am liebsten wahren. Das ist mein Heimatverein, liebe Verena. Ja, jetzt kommt die Hangar der Brunnenputzer. Deshalb schlagen die wahrscheinlich Rat. 2003 e.V. Jetzt habe ich ja das Glück, wenn ich doch hier Anmeldungen kriege. Die kenne ich ja wirklich alle. Gott sei Dank. Wir sind als Präsident solche der Kinder, die ich auch kenne. Vorne die Juniore-Garde. Dann die Aktiven-Garde. Das sind noch mal 15 Mädels in dem Rot-Schwarz-Weiße. Davor, wie gesagt, die Juniore. Und wir sind auch auf der Hangar stolz auf die Hangar Musiker. Wir gehen, dass all die Weisheit, die immer noch gilt, dass wir ein eigenes Programm stelle. Wir haben zwei tolle Sitzungen mit komplett eigenen Akteuren, also keine Gäste. Und das ist auch eine Sache, da muss man auch viel schaffen. Ich schaffe dafür meine eigene Bitte-Retner, meine eigene Sketch-Gruppe, die eigene Garde, Schautanz durchgehend besetzt. Männerballett werden die Friedhofsweiber. Das ist auch eine eigene Gruppe, die bei der NKA-Sitzung immer mit dabei ist. Du kennst so ein bisschen so Sing-Sang aus der badischen Phase nach. Und das hat sie wirklich auch sehr gut. Ich rufe die Gürfe auf die Gitterne. Also fast sie tun, wenn sie ganz gut sind, wenn ich nur bei der Gemeinschaftssitzung mit mache. Aber wenn man so eine Tradition dann irgendwann im Ort hat, dann ist das ja fast so ein Selbstläufer, oder? Ja. Da findet sich doch dann immer noch mal jemand, der mitmacht. Ja, trotzdem. Natürlich merkst du jetzt schon in der Generation, wir sind jetzt knapp 20 Jahre alt, dass die Kinder von uns sind nachgewachsen. Wir haben aber zwischendrin auch so ein bisschen ein kleines Loch, wo du merkst, die Generation dazwischenfältig ist. Also jetzt die Ältere, die jetzt dabei sind, wo ich mich auch dazu zähle, die sind aktiv und die Kinder von denen. Und dazwischen ist trotzdem so ein kleines Loch, wo so ein bisschen die Zweidegrade fehlen. Also wir müssen mal gucken, dass wir jetzt noch mal, bis unser Kinder noch mal, also bis ich Opa bin, dann passt es noch mal. Ach Gott. Was dauert doch noch? Mein Sohn Maurice hat das erste Mobilderät gemacht. Und da war ich selbst als Vater überrascht, dass er das so gut gemacht hat. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Und Gisjom ist beim Umzug, muss er die Waren sichere. Also er hat auch sehr oft gehabt, als Ordner am Waren. Und ja, das gehört halt mit dazu. Und ich denke, dass man hier auch generationenübergreifend die Phasen hat. Das gehört einfach mit zusammen. Wenn das in der Familie drin ist, dann auf jeden Fall. Sind das doch auch noch eure? Ja, ja, das sind alles von uns. Und das sind jetzt die Mamas und Papas von unsere Fans. Wir haben eine Kinderschautanzgruppe, eine Kindergarde von 28 Personen, 26 Mädchen und zwei Bube. Wir haben sogar zwei Bube da dabei. Oh, und jetzt fahrt Michael Fremel gerade das Priskajon durch die Gegend. Ja, ich habe das Priskajon am Wickel. Es zahlt sich aus, dass ich Zivildienst gemacht habe, Priska. Wunderbar, dass ihr mich kennt, das wäre klasse. Im Notfall kann ich mal die Omas an die Frontrolle später. Der Zivildienst wird irgendwann seine Früchte tragen. Hanna, schöner Umzug gehabt bisher. Sehr schön, super. Die Leute sind alle gar getroffen. Das ist echt genial. Das Wetter spielt nicht mit, aber ist egal. Die Leute sind getroffen, wie immer. Die Kinder, ihr schminke wie eine Wolle. Ihr seht einfach nicht alt aus. Nein, also wie gesagt, mit 89 oder so aussehen. Ich stelle mal die Kamera, damit man sich auch mal sieht. So, guck mal, so sieht so ein Fahrer aus hier. Ja, Priska. Das ist halt die Hangars. Die macht das, die Luft von Hangars. Radellos im Lack, Dr. Mang ist nichts dagegen. Okay, pass auf, ich lasse dich mal. Auf geht's. Es ist für mich übrigens beruhigend zu wissen, dass ich auch im hohen Alter immer noch den Umzug moderiere kann. Ich gehe mit dann einfach am Rollator. Ja, abends mal. Ja, ja. Also, ich lasse dich schnerren. Tschüss. Du kannst ja vielleicht bei dem Umzug mitgehen dann am Rollator. Aber dann lassen wir das mit den Pyramiden wirklich sein, Michael. So, wen haben wir jetzt? Da sind die Hangar der Brunnenputzer. Ja, das sind jetzt die Hangar der Brunnenputzer. Auf dem Wahnsinn. Das sind dieses Jahr Elferräte. Der Brunnenrat Thilo Schmidt muss noch mal dabei sein. Die Blarie ist da, die ist natürlich. Du musst jetzt winken. Ach, ich muss winken. Die blonde lange Hoh, das ist mehr Frau. Ach, guck mal, da. Der ist gerade so überschwem-Geschwächig. Wie hast du das gemacht? So schön, die Frau. Der ist mein Sohn. Der winkt jetzt. Das Bergprogramm ist rum. Der hat viel von der Mama. Ja, danke. So, da gehen wir noch mal zurück. Die Briska Jon, die wir immer gesehen haben, auch eine tolle Güterrettnerin, nicht nur, dieses Jahr haben sie Rollatore-Tanz gemacht mit ihrer Sketch-Gruppe. Deshalb dieses Outfit, ganz klasse, also auch hier bei uns wirklich, ich bin wirklich froh, dass wir alles durchgehend besetzt haben bei uns. Das gehört einfach mit dazu. Und das sind alle von euch, die Mädchen? Nein, das sind die Nächste. Das Motto von uns habe ich ja schon gesagt. Ob Yoga oder Hürdenlauf, die Brunnerputzer drehen auf. Genau, so haben wir es gesagt. Das ist doch nicht Friedrichsthal. Das sind die Friedrichsthaler hinter uns, ja. Wir sind ernst, das ist deren Motto. Die zweite Vorsitzende, Tatjana Septimus. KV Blau-Weiß Friedrichsthal ist der komplette Name bei denen, die haben sich bei uns, soweit ich weiß war, die letzten Jahre nicht mehr dabei gewesen. Und Grün-Gelb, wer ist das? Ich muss noch mal gucken. Die hinten dran sind die Ding bei der Narrizunft. Die haben ja gestern Umzug gehabt. Das ist ja auch ein Magazin als Chefredakteur in Aigen. Der ist dort die letzten Jahre sehr rürisch. Und hat auch dort etliche Senatoren, bei denen noch mal akquiriert. Also auch die Ding mit der Narrizunft. Ein berührischer Verein, ein großer Verein mit vollem Programm. Sind die immer bei euch? Ich müsste überlegen, die letzten zwei Jahre war es nicht dabei, die haben ja gestern Umzug gehabt. Ja. Ich bin froh, dass sie dieses Jahr immer noch dabei sind. Aber er hat auch seine Redaktionsstätte von seiner Firma nach Neugegen verlebt. Mit Thomas Seymeth von Wilkes, kann man ruhig sagen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er dieses Jahr dann, hoffe ich, jetzt eher schon das letzte Mal dabei ist. Also die letzten Jahre war er nicht dabei. Gut. Aber wie gesagt, sie haben gestern Umzug gehabt. Altenglühen und Hüttenzauber ist auf jeden Fall dann ihr Motto. Genau. Und das kommt ja immer gut zu. Bis die, also ich sag mal, Abregie und Phasenmusik ist ja quasi ernst. Genau. Das kann sich auch, sag ich mal, gut drauf, auch mit der Partymusik, die man jetzt gerade höre. Man muss Party halt unterscheiden, zwischen dem Ernst, der Bittenrede und der, sag ich mal, der Hochpoesie in den Reden. Und dann halt natürlich auch Party. Das gehört auch dazu. Ich wünsche mir auch die ganze Gruppe, die er feieren wollen mit seiner Vereine. Und jetzt haben wir den Spielmannszug von der Feuerwehr Neunkirchen, ne? Genau, das Ganze unter der Leitung von Wolfgang Spaltmann. Das gibt's nicht mehr so oft, Spielmannszüge, ne? Ja, das gehöre zu Wellesweiler, der Spielmannszug. Das lässt mich schon Wellesweiler. Ich weiß auch nicht, wie das dort geregelt ist. Früher gab's ja bei solchen Sachen immer Duesausgleich, wenn du dann in der Saarbärchen in der Glaskapelle gespielt hast. Und da hast du dann natürlich immer Duesausgleich gekriegt. Und das ist schwer, dass das heute immer noch so ist. Und auch hier ist ja wahrscheinlich schwierig, musikalischer Nachwuchs zu finden. Wobei das schon so aussieht, als hätte die genug. Das muss man jetzt sagen. Und wen haben wir jetzt da? Die maskierten... Das ist der Kneippverein. Der Kneippverein aus Spießen. Die haben sich auch mit zwölf Personen gemeldet. Das zählen wir mal durch, ob es wirklich zwölf sind. Die Personenzahl, die gemeldet sind, sind ja auch immer relativ, weil du weißt schon, wie wir alles mitgehen können. Aber doch besser drei mehr, wie fünf zu wenig, oder? Sicher, genau. So finde ich das auch. Lieber haben wir doch dann ein paar mehr, wie ein paar weniger. Wir haben 600 gemeldete Personen. Ich denke, bis wir fertig sind, sind es eher 700, die wirklich nur gemeldet sind, ohne die die einfach mitlaufen am Tag. Was ja wirklich unglaublich ist. Ich habe nämlich, jetzt muss man mal sagen, in Köln auf dem Rosenmontagsumzug sind 12.000 Teilnehmer. Aber Köln ist ja eine Millionenstadt. Wie viele Einwohner hat Neinkai? Die Innenstadt hat 40.000. Also mehr... Nettemann, glaube ich, 39. Wenn da die Außenbezirke zurückkommen, und dann knapp 50.000. Und dann 1.600, die beim Umzug mitmachen. Das finde ich auch so, dass wir dort gut unterwegs sind. Unser Oberbürgermeister, der uns hier gegenübersteht, der ist ja auch jetzt seit fast hier im Amt, der wird schon stolz sein. Ja, der war ja kurz bei uns. Und sollen wir jetzt noch mal anstoßen? Ich würde noch ein Stückchen trinken, ja. Für den Hals, ja. Und Michael hat das hier eher schneller gemacht. Der ist immer so gierig, das ist furchtbar. Man hat besser länger was gefunden. Also ich finde, das schmeckt doch ganz gut. Doch. Oh, jetzt wird es laut. Ist auch gut für den Hals. Bauer hat Frau gefunden, lese ich. Das ist schon immer gut. Ich bin immer für die Liebe. Bauer hat Frau gefunden. Da gehen wir nicht weiter drauf hin. Ne, aber das ist, glaube ich, die Jugendfeuerwehr von Neinkai. Die machen doch mit. Ne, Bauer hat Frau. Sind wir schon vorbei. Jetzt sind wir bei Borussia Neunkirchen, bei der Jugendabteilung unseres großen Traditionsvereins. Erste Bundesliga haben sie gespielt. Heute spielt es die sechste Liga. Ja, gut. Alles zu seiner Zeit. Aber auch die Jugendabteilung, die sind hoffentlich noch mal auf dem aufsteigenden Ast. Es war ja früher, der Borussia Neunkirchen-Spieler war früher keine Freude als Jugendspieler. Ich habe das selbst auch mitgemacht. Da hast du die dritte Mannschaft, hast du nicht gewonnen. Hast du noch die Narbe am Bähnen? So ungefähr. Und mittlerweile sind sie auch immer noch am Aufbau. Aber das Stadion wird hoffentlich etwas saniert. Da wird am Kopfteil wahrscheinlich eine neue Halle gebaut. Da sind wir schwer dran. Aber trotzdem ist es schwer hier in Neunkirchen auch als Fußballverein. Der Präsident ist der Alexander Kunz. Nicht der, der kocht. Er ist Polizeipolizist. Sie haben mittlerweile 540 Mitglieder und die drei Jahre Bundesliga aus der 60er Jahre. Der Vorteil hat auch keiner mehr den noch. Aber man muss sich mal überlegen. In dem ersten Jahr, wie es dabei war, haben sie einen Zuschauerschnitt gehabt von 21.000 Zuschauern. Das ist hinter uns. In 300 Meter ist Ellefeld Wahnsinn. Und heute spielt es in der sechsten Liga. Aber auch Geld spielt eine Riesenrolle. Und wenn du das halt nicht hast, kannst du leider Gottes im Fußball auch nicht auch immer mitspielen. Das ist ja ungefähr immer so im Leben, ne? Läder Gottes ist es so. Nicht nur im Fußball. Aber das ist die Feuerwehr, eindeutig. Die Jugendfeuerwehr Neunkirchen. Aus der Innenstadt. Wir haben in Neunkirchen Zibeleschbezirke. Das kann aber bei uns noch her. Die Musik ist arig laut. Aber sah weiter, ja? Jetzt dröhnt es aber bei uns. Macht nichts. Wir haben 30 hauptbeamtliche Feuerwehr- und Rettungswacheleute, die angestellt sind. In 300 Aktiven, in der freiwillige Feuerwehr, drumherum. Also das darf man nicht vergessen, was hier los ist. Thema Brandschutz. Wir wollen es hier nicht weiter ausreden. Es ist zwangsläufige Sache, die kommt halt. Und ich kann nur so wissen, aber da soll sich gerade in Halle. Wobei man sich manchmal auch schon ein bisschen weh entstehen. Aber das muss sich auch nicht vor. Ach, natürlich. Ja, das stimmt. Wobei, wenn du dann in Köln, dann meinst du, da sitzen sie. Und da die Stuhle, die Stuhlreihe bestellt sind. Du guckst dann bei uns. Da muss ich ja schon mal froh, wer dort die Abnahme gemacht hat. Das finden wir noch raus. Aber jetzt interessiert mich erst mal, wer auf diesem Wagen da ist. Mein lieber Herr Gesangverein. Also endlich mal ein Traktor, der von einer Frau gefahren wird. Das will ich mal gleich hier erwähnen. Das ist eine Privatgruppe. Die nennt sich Bassgerade. Und Bassgerade ist ein anderer Begriff für Massgerade. Auch hier ziehen wir ca. 50 Teilnehmer. Eigene Musik. Und ein Traktor, der das Ganze zieht. Also auf jeden Fall basslastig ist es. Das kann man sein. Ich bin froh, dass wir jetzt hier drin sitzen. Und der Wohnwand wackelt auch schon ein bisschen. Wackelt ein bisschen, aber es geht noch. Es dreht wirklich, ne? Aber die sind gut drauf, guck mal. Ne? Die hat auch Klick, dass es nicht dreht. Ah ja? Da wird wahrscheinlich im Obergericht keiner rumlaufen. Aber Verena, es wird da, wir haben wieder Klick gehabt, oder? Auf jeden Fall. Auch die Ehrengäste gegenüber haben Klick gehabt. Die haben nämlich auch gedacht drüber. Mal sehen sie gerade, der Oberbürgermeister Jörg Aumann. Der große, der dort steht mit NKA-Senatorenmütze. Er ist heute ein Senator da. Er hat ja auch mehrere Funktionen. Aber wir merken das sowieso. Und jetzt kommt der saarländische Schwesternverband hier vorbei. Auch mit dem Traktor? Ja. Die haben deren Hauptsitz, ist von hier gar nicht weit weg. Wenn du hier die Zweiburger Straße hochfährst, 200 Meter links ist deren Hauptsitz. Ungefähr da, wo ich mein Auto hingestellt habe. Das weiß ich nicht. Ich muss nicht mehr warten, wenn ich wegfahre. Ja, kein Problem. Aber auf dem Traktor ist ja unser Kollege Michael Friemel. Genau. Das mit dem saarländischen Schwesternverband. Das glaube ich nicht, dass ich das dort bestätigen kann. Ihr seid nicht der saarländische Schwesternverband, gell? Nein, wir sind die Kultgießerei aus Duttweiler. Was machen ihr dann? Wir haben eine alte Gießerei wiederbelebt. In Duttweiler ist eine ehemalige Eisengießerei Schulde. Und da haben wir eine Kultgießerei, haben wir einen Verein gegründet. Und wir veranstalten dort so kleinere kulturelle Veranstaltungen. Ja, das läuft ganz gut. Wir sind jetzt im dritten Jahr und haben uns das Ziel gesetzt, einfach wieder Kultur nach Duttweiler zu bringen. Finde ich eine super Sache. Ich bin ja selbst Duttweiler rein. Insofern freue ich mich total drüber. Ich habe mich eben auf den Novare dort gehockt und dann aus Versehen den Fuß unter das Gaspedal gekriegt, während du Gas gepasst hast. Ist das das Gaspedal? Ist nur die Brems, okay. Ich mache mich wieder vom Acker, wünsche euch viel Spaß. Ciao, ihr Lieben. Ja, tschüss. Ich muss noch einmal runter. Also zugegebenermaßen habe ich mich auch gewundert, dass das der Schwesterverband sein soll. Aber in der Phase ist alles möglich, dachte ich mir. Ja, die kommen ja noch. Ach, die kommen noch. Aber die haben auch so schön anmoderiert. Da brauchen wir gar nichts mehr zu wiederholen nachher. Zu dem wir die Elbe da waren, ist natürlich, Michael hat es ja gesagt, die Kultgiezerei e.V. Ist auch eine Gruppe, die sich gestern Abend um 23 Uhr noch angemeldet hat. Und unser Zugmarschall hat das mir per Depeche geschickt. Per Depeche? Ich habe schon mehrfach erwähnt, ich vertrage nichts. Ich kenne keine Frau, die vier mal am Klopfer drehen. Ich bin ja fit, oder? Im Normalfall, da können wir das hin, ne? Ah ja, dieses Mikrofon vom Gesicht und so. So, aber jetzt. Das ist der Schwesternverband. Jetzt haben wir der Schwesternverband. Gott sei Dank. Ich habe es schon gesagt, deren Hauptsitz weit von hier weg ist. Die verteilen auch gesunde Sachen. Guck mal, da gibt es Mandarine. Keck gut, ja. Die wollen sich die Klientel für die Zukunft vom Leibhalle. Superhelden in allen Lebenslagen mit Kopf, Herz und Hand der Schwesternverband. Auch noch schön gereimt. Deren Motto 50 Leute, Hansa angemeldt. Jetzt erzählen wir es nicht, ob es so viel Sinn. Zum ersten Motto bei, ich bin immer froh, wenn neue Gruppen dazukommen. Weil wir wollen ja unser Zug nicht kleiner machen lassen. Ja. Soll das so sein, dass der jedes Jahr und du hast immer diese TV-Präsenz, du das ganze bisschen befeuern. In der Tat ist das so, da kommen mehr dazu. Aber auch das Jahr dazwischen, immer das Nicht-TV-Jahr. Ja. Soll ja genauso sein. Dann kann ich sagen, dass man vorerst ja, hatte man die Selbstbeteilnehmerzahl für dieses Jahr. Ja, weil wir wechseln beim SA ja immer ab, ne? Nein. Aber in dem TV-freien Jahr konnte man dann tatsächlich genauso viel. Also, da bin ich froh, dass man das halten konnte. Das ärzt die Nein-Kaja-Fahrs-Gruppe. Auf jeden Fall. Genau, sicher. Die machen dann alle mit. Und für jede neue Gruppe bin ich froh und hoffe, dass sie nächstes Jahr noch mal dabei sind. Also, du musst ja ehrlich sagen, ein Zug kostet sich keine Gebühr oder was. Die müssen mitmachen, die müssen sich anmelden. Und gut gelaunt sind. Gut gelaunt sind, bis ich was mitbringe. Wobei, wenn ich sehe, was wir von unserem Waren an Wurfmaterial runterwerfen, das sind schon ein paar hundert, ne, das sind schon tausend Euro und mehr, was wir an Wurfmaterial auf dem Auto haben. Und das Warengerüst muss fertig gemacht werden. Das sind ja alles Dinge, das kostet schon auch Geld. Und die großen Wehen, davon wollen wir gar nicht sprechen. Aber wir wissen ja alle, nichts ist und sonst. Außer der Tod und der Kostlebe. Der Kostlebe, genau. So ist es. Und wen haben wir jetzt? Zeitbote Saarland. Asterix und Obelix. Wenn Rom singt und geil den Nacht, dann feiern wir mal Phasenacht. Unverkennbar. Dort ist der Ansprechpartner bzw. der zuständige Brandon Lee Posse. Guck mal, da vorne werden Küssjacke geschmissen und hintendran Gutzja. Kann man sich aussuchen, was man lieber will? Kann man sich vor dem Waren herlaufen oder hin am Waren, wie es halt besser passt. Ach guck mal da. Die haben auch einiges an Wurfmaterial, wenn ich das richtig einschätze. Ja, da oben haben sie alle gar noch. Das Thema ist immer, wenn ich hier auf dem Auto mitfahre, aber dann den Fernseherjahr fahre ich hier auf dem Auto mit. Und dann mische ich immer in der. Von hier aus ist es noch arg weit. Wir haben hier vielleicht, würde ich sagen, 10% vom Zug rum. Weil es ist wirklich gerade nur die Straße bis oben an der Abzweig-Hermannstraße. Und ab hier kommen hier noch etliche Phasenboote und Boots hin, die auch gut hier an wollen. Und wenn ich dann nicht in Delsch... Ist Phasenboote männlich? Ich habe immer gedacht, das wäre so... Phasenboote ist männlich und Phasenboot sind. Das war mir gar nicht bewusst. Und ich bin in Phasenboot. Wobei, du hältst dir ganz bezaubernd Aussicht mit dem... Vielen Dank, vielen Dank. Nach kurzer Maske hast du es so ausgesprochen. Ja, das geht bei mir ganz schnell. Muss ich gleich davon was sagen. So, der Michael lässt sich jetzt mal fahren. Ja, ich bin Feuer und Flamme im wahrsten Sinne des Wortes. Hier, guck mal. Ich arbeite jetzt inzwischen mit Büroeffekten. Man versucht sich natürlich im Alter ein bisschen in Szene zu setzen. Ich weiß ja nicht, auf welchem Wagen ich hier gelandet bin. Aber ich weiß, es ist einer der Letzten. Dieser Umzug in Neunkirchen hier neigt sich dem Ende entgegen, Verena. Ich habe gerade eben mal geguckt. Dahin kommt nämlich viel wie die Besenware. Die müssen ja auch noch aufräumen. Insofern Dankeschön an alle, die sich auch organisatorisch um diesen Umzug gekümmert haben. Mir von der Straße hier hat es einen Haufen Spaß gemacht. Es war schön, wie da mit der Beise sind. Wir sehen uns bestimmt demnächst noch irgendwo bei der Phasenboot. Irgendwo auf einer dieser Straßen bei irgendeinem Umzug oder neuem aktuelle Bericht. Aber das letzte Wort habt ihr. Ich lasse mich hier raus, Schese. Tschüss ihr zwei und es war schön mit euch. Also ich muss sagen, er wirkt nicht so, als hätte er noch viele Schnäpse getrunken, oder? Nee. Er ist noch in guter Verfassung, unser Michael. Komm, ich stoße jetzt mit dem Lehre noch an. Stoße mit mir noch einmal an. Natürlich machen wir das. So, ein bisschen ist bei dir noch drin. Also, auf die Phasen in Neinkaya. Dreifach. Alle, hopf. Alle, hopf. Alle, hopf. Alle, hopf. Aber ich dachte, hier ist Hayon. Ich war noch ganz fertig. Ach, du warst doch ganz fertig. Ja, dreifach. Ich bin immer viel zu schnell. Nein, Hayo. 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 Bruneputzer, Hayo. Bruneputzer, Hayo. Bruneputzer, Hayo. Hayo, hopp. Hayo, hopp. Hayo, hopp. Sonst habe ich alles drin. Alle, Prost. Alle, Prost. So, bei mir ist jetzt auch nichts drin. Wir danken vielmals fürs Zuschauen. Es hat richtig Spaß gemacht hier in Neinkaya mit dem immer schönen Motto, die Narren schaffen. Ich bin Verena Sierra vom Saarland. Rundfunk neben mir. Martin Wölz, Präsident von der Hanka der Brunnebutzer. Martin, es war mir ein Vergnügen. Ich tu das gern zurück, liebe Verena. Bis bald. Tschüss.